Hallo und herzlich willkommen bei Cybersoft. In diesem Video geht es um das Maizu M2 Note. Die Verpackung, wie ihr seht, ist sehr schlicht gehalten. Der Schriftzug von Maizu ist blau Türkis und das Note 2 in Silber. Der Verpackungsschlitz ist auch in jeweils in blau Türkis gehalten, was ich sehr schön finde und unterscheidet sich von anderen Herstellern. Nun die Rückseite, wie man sieht, Skal in einem kleinen Schriftzug von den technischen Details. Kommen wir nun zum Inhalt. Hier seht ihr das Maizu M2 Note. Die lehlen wir mal auf Seite, denn das kommt im nächsten Video vor. Hier haben wir ein Startguide von Maizu. Ist in Chinesisch, also nicht wirklich zu gebrauchen. Hier haben wir das USB-Kabel. Ist sehr wertig. Macht einen guten Eindruck. Hier haben wir den Flyme-Stacker für den Slim-Slot. Slim-Slot. Und zum Schluss der Ladeadapter. Wozu der noch dazugehört, könnt ihr zusammenstecken und euer Handy laden. Im nächsten Video zeige ich euch dann das Gerät. Es würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis bald. Hallo, du bist ja immer noch da. Vielen Dank. Auf der rechten Seite seht ihr die aktuellsten Videos. Lasst doch einen Like da und abonniert uns. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.